UNROLT 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 Unruht ja immer besondere Sachen, Margret, oder? Und deswegen bin ich alle Jahre wieder gerne bei dir. Ja, grüß dich! Leg los! Ja. Erst einmal was Handfestes. Jawoll. Wir sind ja mit Brotbecken bekannt, Und da, unser größter, hab ich gerade mal ein schönes, exotisches Zwiebelbrot gebacken. So richtig, mit Koriander, mit Kümmel, riechen wir. Aber Brot allein, das schmeckt super. Das schmeckt doch so gut, das könnte man so auch essen. Ich hätte gerne irgendwas dazu. Wir haben doch den SG Zauberstab und die Zauberette und da geht das ja so flott. Ich hab gedacht, wir machen uns ein bisschen einen asiatischen Brotaufstrich. Möchtest du das machen? Das ist ein Geschmäckchen, du wirst es sehen doch. Nehmen wir das ab. Fein. Messer raus. Oh, da freu ich mich. Das ist ein Cremle, der Zauberstab ist halt das Tollste, was es gibt. Und mit der Zauberette kannst du auch so viele Dinge machen. So, das Eis haben wir auch schon fertig. Schönes Schokoeis. Ganz was Leckeres mit Orange, jawohl. Die Waffel machen wir auf. Die machen wir dazu. Ein bissel heiß, ne? Ja, 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 geht, 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 geht. Aber da jetzt schön Eis drauf und ein bissel rote Knie. Machst du das, Ragu? Das mach ich, jawohl. Dann hau ich die Eisnocke drauf. So, mach ich das schön? Das machst du sehr schön. Siehst du? Okay. So, die Eisnocke. Oh. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Genau. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Unnolt-Produkte, schaut ganz einfach rein. www.koch-mit.de